Warum machen sie das alles? Warum strengen sie sich so an? Warum geben sie sich so viel Mühe? Wenn es doch sowieso umsonst ist. Ja eben, wenn es ganz egal ist, gleichgültig, am Ende kostenbefreit, dann kann man es von vorne herein bleiben lassen, oder man kann es gleichwohl tun. Es kommt ja nicht darauf an. Umsonst ist ein schönes Wort als archimedischer Umkipppunkt. Egal ist auch ein Urwort im Sinne der Gegenseitigkeit egal, gleichgültig, aber auch gleichwertig gleichwertig